Die Rente ist sicher, garantiert nicht, wenn sie in einer öffentlichen Cloud liegt. Hier hat nämlich Google entschieden, das braucht man nicht, das löschen wir jetzt einfach mal weg. Wie das passiert ist, schauen wir uns jetzt in diesem Video mal zusammen an. Google Cloud ist einer der größten Anbieter, der Computerressourcen, also Rechenleistung, Speicher und so weiter, möglichst flexibel vermietet und dafür ziemlich viel Geld kassiert, denn diese Branche, die ist auf 500 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 angewachsen. Da wird also richtig, richtig extrem viel Geld verdient. Wenn wir da mal runter gucken, da ist Google ziemlich weit vorne mit dabei und zwar auf Platz 3. Davor liegen bloß Microsoft und Amazon. Was soll da schon schief gehen? Dachte sich wohl Unisuper, das ist einer der größten australischen Anbieter für Rentenfonds. Der ist dabei keineswegs klein. Er hat eine Plattform für 620.000 Mitglieder geschaffen. Dort hat man dann digitalen Zugang zu den Informationen rund um die Altersvorsorge. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel bei Bausparverträgen bei einer Bank. Da gibt es bei vielen mittlerweile auch so einen Online-Zugang. Loggt man sich ein, dann sieht man, wie viel Geld hat man angespart und eben die ganzen Metainformationen. Teilweise kann man da dann auch Vertragsdetails ändern. Apps gibt es von dem Ganzen auch. Das könnte man also im Browser sich angucken oder hier über die Apps am Handy. Da sieht man dann hier die Gesamtsumme. Kann dann hier noch weitere Informationen einsehen. Hier zum Beispiel, wie das Ganze wächst. Gewachsen ist das aber nicht mehr. Denn eines Tages konnte auf einmal keiner mehr darauf zugreifen. Der Zugang war auf einmal weg. Niemand wusste wieso. Bis sich dann nach längerem herausstellte, dass da bei Google was schief gelaufen ist. Die haben das nämlich einfach gelöscht. Manche haben diese Angabe privates Cloud-Konto falsch interpretiert. Hier geht es nicht darum, dass die ein Angebot für Privatkunden, also Einzelpersonen, für sich selbst genutzt haben. Die Begriffe haben bei Cloud Computing andere Bedeutungen. Habe ich hier in einem eigenen Beitrag alles mal komplett erklärt. Wenn ihr da ein bisschen runter scrollt, dann seht ihr hier der Nutzerkreis. Darauf bezieht sich das. Eine öffentliche Cloud, das ist das, was viele von euch kennen, zum Beispiel Google Drive, Dropbox und so weiter. Jeder kann sich da anmelden. Die ist öffentlich für jeden nutzbar, der sich dort registriert und teilweise auch Geld bezahlt. Da liegen die Daten dann zusammen mit anderen. Bei der privaten Cloud hingegen, die ist exklusiv für euch. Da habt ihr eine eigene Instanz nur für zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Person. Je nachdem kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie der Unterschied zwischen einem öffentlichen Konzert. Da seid ihr mit mehreren tausend anderen Leuten, die halt auch fürs Ticket bezahlt haben, im gleichen Raum, in der gleichen Halle oder eben draußen. Das hat Vor- und Nachteile. Zum Beispiel ist ein Vorteil, dass der Ticketpreis deutlich günstiger ist, weil eben so viele Leute zu diesem Ereignis kommen. Wenn ihr jetzt ein Privatkonzert veranstalten möchtet, das wird deutlich teurer. Da braucht ihr Räumlichkeiten. Also da seid ihr dann nicht für 50, 60, 70, 80 Euro dabei. Bei Unisuper waren die Daten aber weg, weil Google hat nämlich das Ganze gelöscht. Der Fonds konnte sich trotzdem retten. Warum? Weil er vorgesorgt hat, er hat sich nicht zu 100% auf die Cloud verlassen, sondern hat nochmal selber eigenständig lokale Sicherungen angefertigt. Daher kam er mit einem blauen Auge davon. Er hatte hier eine Ausfallzeit von über einer Woche. Da konnte er aber die meisten Daten wiederherstellen. In der offiziellen Erklärung wird von einem Konfigurationsfehler gesprochen, der bei Google lag. Dieser Fehler hat zur Löschung des gesamten Abonnements in der Google Cloud geführt, das dann wiederum die Systeme von Unisuper zerstörte. Dummerweise hat diese Löschung von dem gesamten Cloud-Konto auch andere Vorbereitungsmaßnahmen zerstört. Man hatte nämlich das Ganze gespiegelt auf eine zweite Region hier, Duplication in zwei geografischen Regionen, um sich eben gegen Ausfälle zu schützen. Das ist an sich sinnvoll. Es gibt hier die 3-2-1-Regel für Sicherungen, die besagt, man soll drei Sicherungen anfertigen auf zwei verschiedenen Medien und an einem Ort, der außerhalb von dem liegt, wo die Daten liegen, also zum Beispiel irgendwie ein Bankschließfach. Man muss gar nicht ins Ausland gucken, um zu verstehen, warum. Es kann zum Beispiel Umweltkatastrophen geben, es kann aber auch Naturkatastrophen geben. Hier zum Beispiel Überschwemmungen haben ja alle mitbekommen in Deutschland. Das ist aktuell auch wieder der Fall, diesmal in Rheinland-Pfalz. Da kann es natürlich passieren, dass so ein Serverraum mal geflutet wird und eben die Daten zerstört werden. Zig andere Szenarien sind denkbar und auch schon vorgekommen. Zum Beispiel, da brennt es in einem Rechenzentrum. Je nachdem, wie stark kann es da durchaus passieren, dass eben die Daten verloren sind. Ein extrem großer Fall war bei der OVH-Cloud. Da ist ein Rechenzentrum komplett abgebrannt. Hier sieht man das. Da sind viele Daten verloren gegangen. Um sich hier mal das Ausmaß nur von diesem einen Fall vor Augen zu halten. Allein in der OVH-Cloud gingen 3,6 Millionen Webseiten auf über 460.000 Domains unfreiwillig durch diese Brände offline. In der Cloud bringt das aber eben wenigstens, wenn das auf dem gleichen Account läuft. Wenn nämlich der irgendwie gekündigt wird oder gelöscht wird, wie es hier passiert ist, dann ist halt alles weg. Das heißt, das müsste man mindestens auf einem anderen Account haben, am besten aber nochmal komplett getrennt, damit es da wirklich ganz woanders liegt. Das haben die hier zum Glück gemacht. Die haben es lokal gesichert. Allerdings ist hier zum einen ein Teil der Daten verloren gegangen und es hat eben sehr lange gedauert, das wieder bei Google alles hochzuladen. Zumindest für einen Teil der Nutzer geht das also nicht so gut aus. Man kann sich aber vorstellen, gäbe es diese lokale Sicherung nicht. Das wäre eine Schocknachricht für über 600.000 indirekte Betroffene, dass sie da hier Geld angespart haben, um sich da auf die Rente vorzubereiten und auf einmal ist das alles weg. Google betont hierbei, es handele sich um eine beispiellose Abfolge von Ereignissen, die zur Löschung von dem Abo geführt haben und das sei sowieso ein einmaliges Ereignis. Das gab es noch nie zuvor bei einem anderen Kunde von Google Cloud. Sehr spannende These. Ich habe mal in die Unterlagen geschaut. Wir hatten erst vor ein paar Monaten den Fall, dass bei Google Drive viele Nutzer ihre Daten verloren haben und Google auch nicht so wirklich dahinter her war, um denen zu helfen. Die haben sich da verlassen gefühlt und haben da teilweise richtig viel verloren, also manche da über etliche Jahre zurück. Feuer und Wasser trifft übrigens nicht nur die anderen. Auch Google hat erst 2023, also noch gar nicht so lange her, auch ein Rechenzentrum gehabt, bei dem es zu solchen Schäden kam. Auch spannend. Hier behauptet Google, man habe jetzt hier herausgefunden, an was das lag, was auch immer. Als Kunde weiß man hier nichts. Muss man darauf vertrauen, dass sie das herausgefunden haben und jetzt hier auch die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, damit das nie, nie wieder passiert, wie sie hier behaupten. Ja, wie ihr euch denken könnt, bei der Cloud, das ist alles PR. Es hat nur wenige Tage gedauert, bis eine Woche später, am 17.05., nämlich das Ganze nochmal passiert ist. Da hat Google mit einer Automatisierung so ca. 40 weitere Cloud-Instanzen gelöscht. Sogar waren 33 Google-Dienste für mehrere Stunden nicht erreichbar und gestört. Ebenfalls sehr vertrauenserweckend. Das Problem, das soll hier mit einem Neustart gelöst worden sein, klingt jetzt nicht sehr nach fundierter Fehleranalyse. Wer jetzt denkt, naja gut, ist kein Einzelfall, sondern ein paar Einzelfälle. Auch den muss ich enttäuschen. Das betrifft nämlich auch nicht nur Google, sondern die gesamte Branche. Hier hatten wir es bei Microsoft. Mit Bing Bang war eine sehr schwere Sicherheitslücke bzw. Sicherheitsmängel. Bei Microsoft, wo auch etliche interne Systeme hier betroffen waren, da konnten dann Leute zum Beispiel auf MSN zugreifen, auf diverse interne Systeme mit vier Exabytes an Microsoft-Daten. Dazu hatten wir ja die mittlerweile schon regelmäßigen Hacks von Microsoft 365, die ja mittlerweile auch schon zigmal erstens wiederholt wurden. Plus natürlich, Microsoft hat hier immer behauptet, das ist eigentlich alles total sicher und es ist übertrieben, was da berichtet wird. Dummerweise war es genau andersrum. Der Konzern hat versucht, das Ganze runterzuspielen. Es war in Wirklichkeit viel schlimmer als behauptet. Hier zeigt sich wieder mal, dass eben auch Kunden in der Cloud nicht davon befreit sind, sich um die Sicherheit ihrer Daten selbst zu kümmern. Selbst wenn der Anbieter das verspricht, man kann sich eben nicht zu 100% darauf verlassen. Das ist ein externes Unternehmen, für die ist man eine Nummer unter vielen. Wenn da irgendwas passiert, gibt es dann einen Händedruck höchstens oder ein Pressestatement, dass das uns ganz doll leid tut und wir jetzt alles tun, aber wie ihr seht, das ist alles komplett für die Tonne. Aber euch trifft es, denn euer Projekt ist dann tatsächlich im Eimer, obwohl jemand Fremdes hier vollkommen versagt hat. Der Anspruch scheint hier bei dem Kunde, also bei Unisuper, auch nicht allzu hoch liegen. Wenn man sich hier nämlich mal diese häufig gestellten Fragen anguckt, da steht in den ersten beiden, da wird nämlich betont, dass es ja kein Angreifer war, also keine Cyberattacke und es sind keine Daten abgeflossen. Also von dem her ist eigentlich alles gut. Seid ihr Kunde von Google Cloud, Microsoft und Co. oder gebt ihr eure Infrastruktur lieber nicht aus den Händen? ULabs ist komplett selbstbetrieben, da könnt ihr übrigens eure Meinung im Forum posten oder drunter in die Kommentare. Ich verabschiede mich, tschüss, bis zum nächsten Mal.